Herzlich Willkommen in der bierigen Welt von Kalea. Wir sind die Jungs und Mädels hinter den beliebten Bierkalendern und vielen weiteren Produkten rund ums Bier. Und seit 2010 Marktführer in diesem Bereich. Unsere Produkte werden weltweit vertrieben und geliebt. Vor allem unser Bieradventskalender in den unterschiedlichsten Aufführungen erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit rund um den Globus. Von Australien bis in die USA, aber auch in ganz Europa werden unsere Produkte verkauft. Der Erfolg des Kalenders hat das Team zu vielen weiteren Angeboten und Verkostungsboxen inspiriert. Wie zum Beispiel Männerhandtaschen, das Hormat Tragerl oder die Spezialitätenboxen. Kalea bietet zu jeder Jahreszeit das perfekte Geschenk für bierinteressierte Männer und Frauen. 2016 wurde dann von Kalea die erste deutschsprachige Bierbewertungsplattform namens Biertasting entwickelt. Mittlerweile tummeln sich rund 175.000 Biere von über 14.500 Brauereien in unserer beliebten App. Im Dezember werden die Biere aus den Adventskalendern dann sogar live verkostet. Im Biertastingstudio werden hier die Braumeister der jeweiligen Brauereien eingeladen, um eure Fragen rund ums Thema Bier zu beantworten. Mit dem Marktplatz www.biertasting.com bietet Kalea zudem einen Online-Shop für Privatbrauereien an. Auf biertasting.com hat der Kunde die Möglichkeit, eine große Vielfalt an Bieren direkt vom Produzenten zu bestellen. Spannend, nicht wahr? Tauche jetzt in die Welt von Kalea und Biertasting ein und entdecke für dich persönlich, wie vielfältig die Bierwelt sein kann.